Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Fotos drucken lassen. Kennten Sie den Besitzer des Studios? Nein. Was war die Todesursache? Asphyxie. Ich mag es, ein wenig gewirkt zu werden. Hatte sie Sex, bevor sie umgebracht wurde? Nein. Wer ist das? Unsere neue medizinische Expertin. Ihre Haut wurde als Fotopapier benutzt. Sie fanden Suxamethonium in ihrem Blut. Das ist ein starkes... Medikament mit lähmender Wirkung. Unser Mann ist ein Wahnsinniger, der das Opfer ruhig stellt. Doch es soll dabei Schmerzen empfinden und Angst haben. Es will den verdammten Scheißkerl finden. Wir haben geschlossen. Mehr Folkos-T Russeien-Allemes. Nie kann es dasraw hören 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 hören. Wir gehen erst nach vorne. Letsек